Herzlich Willkommen zurück bei Woody Woodpecker Oh Fuck Wo geht es denn hier lang, du? Jawoll Oh Mann Jetzt habe ich ja schon wieder kein Leben mehr, meine Güte, ich gehe jetzt hier hoch Oh Fuck Oh Das ist ja blöd, du Glückwun Lalalalalala Lalalalalala Wichtig Aha Was bringt mir das? Oh Ah ja, das ist auch cool, jetzt bin ich nämlich die kleine Tochter Und darf viel lang laufen Finde ich lustig und cool So, das war das Level Habe ich eigentlich irgendwie Safestate? Ich weiß es nicht Ich Safestate einfach am Anfang dieses neuen Levels und alles Also Miles